was geht freunde der gepflegten video spielkunst und willkommen zurück zu einem weiteren cyberpunk 2077 video und ja in diesem video will ich euch ein bisschen was über gewisse mods erzählen wie der ein oder andere ja vielleicht schon selber gemerkt hat oder gehört hat funktionieren manche modzen nicht manche lassen sich nicht decken und ja ich will noch mal kurz ein status darüber geben wie das zum aktuellen stand also anfang januar aussieht und euch ein paar impuls geben zu den betroffenen mods zudem möchte ich euch noch mal eben einen weiteren bug zeigen der ziemlich nervig ist vor allem wenn man im crafting geskilled hat und zwar geht es hierbei um die baupläne der händler und wenn ihr das noch nicht so mitbekommen habt nicht so auf dem radar hatte möchte ich da mal eben kurz das update geben und zwar ist das halt so und ich bin jetzt quasi in wortzen ist das glaube ich und stehe quasi vor diesem händler die sache ist halt das problem der baupläne ist dass sie verschwinden wenn man den händler angesprochen hat man kommt später zu ihm hat man nicht mehr die chance auf diese legendären baupläne für die klamotten oder für die mods je nachdem was sie haben jeder klamottenhändler sollte fünf legendäre baupläne zur auswahl haben manchmal werden drei angezeigt manchmal zwei in den seltensten fällen alle fünf und das problem oder der bug ist du bekommst sie nur ein einziges mal angezeigt das erste mal wenn du einen händler anspricht zeigt er dir ein teil dieser baupläne und die einzige möglichkeit ist alle baupläne zu bekommen beziehungsweise die besten von diesem händler zu bekommen ist davor zu speichern bevor man ihnen das erste mal anspricht reinzugehen das inventar anzusehen zu entscheiden will ich will ich nicht rausgehen neu laden wenn du einmal gesagt dieses inventar gesehen hast du gehst du machst was anderes oder du refreshst sagen wir du nutzt diesen 24 stunden zeigt dir gar keine entgramme mehr an egal wann du hingehst egal nach welchem level stand du dahin gehst das erste mal angezeigt das inventar geschlossen und 24 stunden sind vergangen wird er dir keine baupläne mehr anzeigen deswegen auch hier nochmal der hinweis wenn ihr diese baupläne haben wollt geht zu dem händler bevor ihr also ihr müsst ihr dürft ihr vorher dafür nicht angesprochen haben speichert ab geht rein schaut euch das inventar an ist das gefällt euch das nicht oder ihr wollt sehen was er sonst noch hat laden wieder rein gehen und das dann so lange machen bis er entweder alle anzeigt oder bis ihr wisst okay diese fünf sind in seinem inventar und ich will dieses spezielle diesen speziellen bauplan davon haben und ja ich zeige euch das mal einmal kurz wie gesagt ich stehe jetzt hier vor dem stylishly bei dem war ich noch nicht gehe rein und quatsch sie an so er zeigt mir jetzt zum beispiel drei baupläne an sunspark der cowboy hut und das tanktop wie gesagt die können fünf haben dass er mir drei anzeigt ist schon guter wert und sagen wir mal ich gehe raus und normalerweise ist das ja so wenn ich zum beispiel noch sehen will was er für items anbietet gehe ich halt warte 24 stunden um sein inventory zu refreshen gehe wieder rein und dann hat er ein anderes inventar und wie man sieht alle baupläne weg und egal wie oft ich jetzt refreshe die kommen auch nicht wieder die hat ihr inventar jetzt wieder gewechselt die baupläne sind weg und das ist definitiv ein bug CD Projekt Red hat das auch schon bestätigt und die werden sich das auf jeden fall ansehen das heißt die einzige option um wirklich alle baupläne zu bekommen die ihr da gerne haben möchtet ist dann halt davor und quicksafe zu machen diesen quicksafe zu laden dann zu checken welche baupläne hat sie insgesamt wie gesagt fünf und dann den und dann das zu kaufen was ihr davon haben wollt ich lade diesen spielstand jetzt noch mal dann gehen wir noch mal rein und checken noch mal wie gesagt vorhin hat sie mir die sonnenbrille angezeigt den cowboy hut und tank top schauen wir mal ob jetzt was anderes mit dabei ist wir haben den spielstand geladen wir gehen wieder rein und daran merkt man halt dass man das erste mal da ist dass die halten kleinen dialog haben dieses mal haben wir eine hose statt der brille wieder den cowboy hut wieder den tank top das heißt wir kennen jetzt schon vier von fünf gegenständen wir könnten jetzt natürlich noch mal laden und dann sagen okay hätte jetzt doch lieber die brille oder wir checken noch mal was ist das fünfte item und dafür müsste man wie gesagt dann wieder neu laden das sparen wir uns jetzt einfach mal weil ihr ja genau seht um was es geht die können halt das kann halt immer passieren die mods bleiben halt weiterhin und um die werden wir uns dann jetzt kümmern ich wollte euch das jetzt nur noch einmal zeigen und für die leute die es halt noch nicht wussten dass das passiert wissen es halt jetzt und ja ich wechsel auf einen anderen charakter damit ich euch das mit dem mods zeigen kann und wir sehen uns gleich wieder ich bin nun auf den charakter gewechselt und wie ihr seht habt der level 12 und auch wenn man bei den skills guckt technische fähigkeiten habe ich zwar angefangen aber nichts geskilled und ich möchte anfangen mit einem mod der definitiv funktioniert und den ich natürlich auch sehr ans herz legen kann und zwar ist das der amadillo mod der stack definitiv und ebenso der backpacker diese beiden mods können stacken oder werden auch stacken die funktionieren problemlos die kann man also auch mehrfach in die mod slots packen das ist kein problem bei dem resist mod dieser funktioniert nicht und das haben wir mehrfach getestet ich habe auch andere videos geschaut ich habe im cd project red forum geschaut das ist also riesen beitrag bezüglich dieser mods und resist funktioniert nicht es ist egal ob man einen drin hat es ist egal ob man die ganzen klamotten voll hat damit der schaden den man bekommt ist nahezu immer gleich das hat man dann oder wir haben das auch getestet indem wir einfach autos angezündet haben uns dann in das feuer gestellt haben und dann verglichen haben wie viel schaden kriegen wir durch das feuer und das war nahezu gleich ob ich einen verwende ob ich fünf verwende oder ob ich die mod slots komplett damit zu baller der schaden bleibt immer gleich die mods die eine immunität auf einen speziellen effekt haben zum beispiel anti-venom der müsste auch unter den klamotten slot sein anti-venom wie ihr seht verleiht immunität gegen vergiften der funktioniert alle mods die immunität gegen ein bestimmtes element geben wie hier auch hier keine dauerung verleiht immunität gegen bluten auch der funktioniert das gleiche mit cool ist der brennen verhindert auch der funktioniert lediglich der resist der immunität oder prozentuale immunität gegen alle elemente geht funktioniert nicht gehen wir zurück auf den amadillo und ich möchte euch gerne mal was zeigen was vielleicht der ein oder andere noch gar nicht wusste wie ihr seht gibt es von dem amadillo nur den gewöhnlichen bauplan wie kann man kaufen beim händler und wie gibt es nicht als ungewöhnlich den gibt es auch nicht als seltenen und so weiter also auch nicht episch oder legendär nichtsdestotrotz ist es möglich zumindest epische herzustellen das ist abhängig von eurem charakter level ihr braucht dafür auch gar keinen crafting skill ihr müssten nichts in crafting investieren entscheidend ist wirklich nur der spieler level und das funktioniert indem er sie einfach herstellt und das gute daran ist ja ihr benutzt wirklich nur gewöhnliche item komponenten ungewöhnliche alten komponenten und davon findet ihr im spiel ohne ende oder sind halt günstig beim händler zu kaufen wenn man keinen crafting skill hat ansonsten gibt euch jedes item dass ihr auseinander nehmt diese beiden komponenten wie bekomme ich jetzt nun diese epischen ich sagte ja abhängig von eurem charakter level ist das halt aufgeteilt von level 1 bis level 20 ist die höchste qualität die er bekommen kann könnt gewöhnliche das heißt ihr könnt 50 herstellen und dann kann sein dass ihr 30 ungewöhnlich also graue habt und 20 gewöhnliche höher da geht es nicht solange ihr nicht level 21 erreicht ab level 21 bis level 40 können seltene dabei sein das heißt in diesem charakter level sind seltene die höchste qualität die ihr bekommen könnt ab level 50 bekommt ihr dann definitiv epische ich habe jetzt insgesamt 500 stück auf level 50 hergestellt mit crafting also ohne crafting und es waren keine legendären dabei was ich gleich noch mal eben probieren möchte ist wenn ich das crafting erhöhe und komplett meine skill punkte da reinsetze ob ich dann möglicherweise legendäre bekommen laut dem was ich aber gelesen habe geht das nicht legendär kann nur gefunden oder gekauft werden aber zumindest epische können wir bekommen und das wird definitiv schon eine hilfe sein und dafür stellt ihr einfach ein paar her so ich mache einfach mal so 20 teile und falls ihr euch wundert dass das bei mir instant geht ich habe dafür ein mod installiert der mir in einer datei das kann man also auch von hand machen quasi die crafting skill runtersetzt so dass ich die quasi instant bekomme und wir schauen uns einfach mal an was dabei rumgekommen ist so ich habe jetzt ein paar armadillos hergestellt ihr habt gesehen ich habe nur den gewöhnlichen bauplan benutzt und habe dabei ungewöhnliche mit raus bekommen kostet die gleiche menge an an komponenten und ja schon mal sehr gut so jetzt werde ich die mal eben verkaufen dann gehen wir auf level 21 und dann zeige ich euch das mal dass ihr dann quasi ab level 20 wie gesagt auch seltener dazu bekommt wo haben wir die wie gesagt verkaufen wir mal eben alle armadillos ihr könnt ihr könnt das quasi auch gerne überspringen ich mache auch wieder eine timeline bei so dass ihr halt seht oder das an den level dann seht weil wie gesagt ich werde jetzt erstmal wieder ausgehen und wir gehen einmal auf level 20 das was ihr gesehen hat ist die admin kontrolle auch dazu hatte ich halt schon mal videos gemacht das funktioniert nur auf dem pc und wenn ihr gerne wissen wollt wie man diese admin konsole ins spiel bringt schaut euch am besten eins meiner videos an so ihr habt ihr habt gesehen ich bin jetzt level 21 technische fähigkeiten ist nichts wir haben hier lediglich drei im fortschritt und wir stellen wieder ein paar armadillos her und wie gesagt zwischen 20 und 40 können jetzt auch seltener mit dabei sein wenn wir wieder ein paar herr das funktioniert übrigens auch mit jedem mod also wenn ihr sagt ihr möchtet gern packesel werden und ihr möchte gerne backpacker haben können wir das gerne auch noch mal eben machen das funktioniert auch mit diesem mod so dann gehen wir jetzt mal auf die klamotten gehen wieder auf unsere mods und wir seht haben wir dieses mal seltener armadillos mit dabei das gleiche mit dem backpacker backpacker mit dabei funktioniert quasi mit jedem neben dem normalen so das gleiche spielchen machen wir jetzt noch mal wir verkaufen die mal eben damit die tasche leer ist wasser und warum er das jedes mal sagt aber ok und weg dann gehen wir wieder raus und gehen dieses mal auf level 50 wie gesagt hier hat sich nichts geändert und wir stellen wieder ein paar armadillos her kommen wir einfach mal ein bisschen rein wie ihr seht haben wir epische und die haben halt 239 panzerungen und dies decken auch damit ich euch das mal am besten zeigen kann werden wir einfach mal unsere klamotten auf auch dazu habe ich schon mal ein video gemacht kommt simon bh an so jetzt haben wir halt eine große ach ja habe ich die maske nicht genau egal haben wir mal eine große auswahl an mod slots wie ihr seht wir haben jetzt 741 panzerung das seht ihr hier an den werten und wir packen jetzt einfach mal amadillos rein gibt halt wie gesagt den anzeige fehler das in der unteren zeile 1259 steht überles das bitte das ist einfach ein anzeige fehler entscheidend sind die 779 779 panzerung und das wird auch hier übernommen wir seht haben wir jetzt 1483 und das können wir dann auch absolut weiter stecken packen wir hier auch wieder überall amadillos rein da kommen na was los so sagen wir alle epischen verbaut 2472 das steckt problemlos und das übernimmt er auch ich habe mir die mühe gemacht und habe mal alle voll gemacht habe überall amadillos rein getan überall waren epische drin und ich habe knapp 6000 panzerung gehabt damit konnte ich dann einfach ein feuergefecht reinrennen habe mich in die mitte gestellt ich habe halt kaum schaden bekommen also wirklich kaum schaden bekommen das einzige was mir aufgefallen ist dass bei mili das glaube ich ein bisschen anders berechnet wird weil da kam einer auf mich zu der mir dann erst mal einen haken verpasst hat und da habe ich auch ordentlich damage bekommen ich weiß nicht woran das liegt auf mili einen anderen multiplier hat auf jeden fall bei feuergefechten und wenn sie auf mich schießen habe ich so gut wie gar keinen schaden bekommen also amadillo funktioniert auf jeden fall wir haben jetzt auch noch ein paar backpacker schauen wir mal hier oben 264 und packen wir haben gar keine gemacht machen wir mal eben welche wie gesagt auch der mord funktioniert ohne probleme das zeige ich euch auch eben so stellen wir mal hier ist jemand die mod slots ein paar epische backpackers bekommen jeder gibt mir elf zusätzliche trager trage kapazität und wie ihr seht der wert hat sich automatisch schon geändert als ich die eingesetzt habe also die lassen sich halt auch stacken gucken wir noch mal 303 jeder von denen gibt mir neun das nächste müsste 23 oder 5 gibt es aber noch mehr wenn der mir neun gibt müsste das 34 sein gibt mir 36 also noch mal zusätzlich zwei bin ich okay weiß noch nicht wie er jetzt darauf kommt aber ja ihr seht stackt funktioniert kommen wir nun zu den entscheidenden und das sind die die unseren schaden beeinflussen dazu werde ich das jetzt alles mal resetten werde noch mal entsprechende mods herstellen und wir sehen uns dann wieder wenn ich das quasi vorbereitet habe bis gleich so ich habe ihn noch mal vorbereitet habe ihm neue klamotten angezogen habe diese noch mal aufgewertet na gut jetzt hat der hose mod keine slots bekommen aber das ist ja auch irrelevant und damit ich euch das zeigen kann habe ich jetzt auch in den technischen fertigkeiten zumindest das soweit es gilt dass ich legendäre gegenstände herstellen kann damit ich euch die entsprechenden mods einmal zeigen kann und zwar sprechen wir jetzt halt um die schadens erhöhen das sind bully dead eye fortuna und wir haben noch den predator unser unsere wenn wir auf die werte schauen wir haben jetzt hier eine kritische treffer chancen von 5 und kritischen schaden von 108 und und damit die werte auch korrekt angezeigt werden müssen wir die waffe einmal ziehen damit die werte auch aufgerechnet werden wir gehen noch mal auf werte na hier wird dann auch noch mal der tatsächliche schaden angezeigt und wenn man sieht man hat die waffe gezogen zeigt der stadt der acht die zehn und trotzdem immer noch 108 kritischer schaden weil auf der waffe jetzt auch kein kritischer schaden ist aber uns interessieren jetzt erst mal nur diese beiden werte den und 108 und man kann natürlich auf die auf den tatsächlichen schaden gucken 526 nehmen wir unseren ersten mod und zwar nehmen wir bully bei bully ist das so dieser mod funktioniert nur ein einziges mal das heißt einmal installiert gibt er uns zusätzlichen kritischen schaden um 30 prozent erhöht das kontrollieren wir mal eben das kontrollieren wir mal eben jetzt haben wir hier 138 das heißt das hat funktioniert alle weiteren mods die eingesetzt werden funktionieren nicht so ich habe jetzt mal ein paar hergestellt wir packen hier einen zweiten rein der helm sagt sollte uns jetzt insgesamt 60 prozent kritischen schaden geben checken wir in den werten immer noch 138 kritischer schaden am tatsächlichen schaden hat sich nichts geändert das heißt das decken hat er nicht gezählt sagen wir mal okay vielleicht ist es weil es halt in einem kleidungsstück ist vielleicht bringt es ja was wenn man in ein anderes kleidungsstück das reinpasst das heißt theoretisch müssten wir ja dann hier rechnen wir nur den einen 30 haben und hier haben wir auch nur einen drin nochmal 30 schauen wir in unsere werte immer noch 138 doch hier hat sich nichts getan das heißt das heißt dieser mod funktioniert nur einmalig in einem kleidungsstück und steckt in keinster form das heißt den den wir hier reingesetzt haben den den wir hier reingesetzt haben vollkommen verschwendet und das ist leider beim bully der fall das heißt wenn man diesen mod benutzen will den kannst du nur ein einziges mal benutzen ob das so gewollt ist schwer zu sagen aber gehen wir auf den nächsten nehmen wir dead eye und dead eye funktioniert gar nicht wo der bully zumindest einmal zählt und man diese 30% bekommt funktioniert dead eye gar nicht schauen wir nochmal auf die werte wir hatten 10 und 138 die 138 ja komm das lassen wir mal indem wir einfach mal den anderen mod drin lassen aber gehen wir einfach mal auf dead eye das heißt wir müssen 15% mehr crit chance und 30% mehr crit schaden bekommen schauen wir nochmal unter werte hat sich nichts getan nehmen wir einen anderen gegenstand packen den gleich nochmal rein gehen wieder unter werte hat sich nichts getan das heißt der wird gar nicht erst angerechnet überhaupt nicht also ob gesteckt oder nicht gesteckt spielt keine rolle wird nicht angerechnet so nehmen wir den nochmal komplett raus gucken wir auf die werte immer noch die gleichen werte das spielt keine rolle ob der drin ist oder nicht der funktioniert einfach nicht und das sind aber genau die mods die halt interessant sind weil 15% mehr crit chance und 30% kritischer schaden ist schon eine menge dazu sind die legendär und wenn man die kauft sind die sehr teuer beim herstellung natürlich kommt immer darauf an wie viele komponenten man hat aber grundsätzlich ist das ein wirklich sehr teurer der halt einfach nicht funktioniert schauen wir beim fortuna 15% erhöhte kritische treffer chance hier ist es genauso wie bei bulli der sollte diese 15% genommen haben wie man hier sieht wir hatten vorher 10 wir haben jetzt 25 das heißt wir haben den einmal drin er hat uns nochmal 15 dazu gegeben packen wir den einfach nochmal in einen anderen rein so fortuna in einen anderen slot gehen wieder auf werte 25 das heißt da hat sich nichts getan nehmen wir noch einen einfach zum weiteren testen fortuna 25 hat sich nichts getan das heißt bulli und fortuna sind die mods die einmalig an einem gegenstand funktionieren die können nicht gestackt werden das geht gar nicht und ja das finde ich super ärgerlich das wird überhaupt nicht kommuniziert und wenn man so ist wie ich und das spiel ganz normal am anfang durchgespielt hat und sich denkt oh geil damit haue ich raus hat sich die ganzen teuren items gekauft ohne duping ohne cheaten oder sonst irgendwas hat viel geld dafür investiert und am ende wie gesagt funktioniert es halt einfach nicht und ja das ist super ärgerlich es gibt dann noch so andere mods wie zum beispiel zero drag zero drag ist halt ein spezieller mod der deine bewegungsgeschwindigkeit erhöht viele sagen funktionieren nicht andere sagen funktionieren es gibt englische youtuber wie fire spark oder wie tag back die haben das wirklich ausgiebig getestet mit timer und er funktioniert aber bei diesem mod das ist haarspalterei weil dieser mod bezieht sich wirklich nur auf dein bewegungstempo ne und damit ist gemeint Waffe ist eingesteckt und du gehst ganz normal was zero drag macht ist diese normale bewegungsgeschwindigkeit während du normal läufst ohne zu rennen ohne gezogene Waffe die minimal zu erhöhen der unterschied ist aber du merkst es einfach nicht du merkst es nicht nur wenn du wirklich alles reingepackt hast in jedem mod slot ist ein zero drag drin und du machst dann den test dann merkst du den unterschied beim laufen bei nicht gezogener Waffe vielleicht hat es eine rp relevanz dass du ein schnellerer läufer bist ich weiß es nicht aber ja den einzusetzen macht in meinen augen wenig sinn dann gibt es noch den mod den ich jetzt gerade nicht zur hand habe der deinen fallschaden reduziert der funktioniert auch bedingt also erst deckt das ist auf jeden fall nachgewiesen das wurde in von vielen youtuber getestet das kann man auch in dem forum nachlesen von city project red dieser funktioniert das problem an ihm ist einfach dass die berechnung total daneben ist weil normalerweise wird das dann auch prozentual gerechnet ne das heißt es reduziert prozentual den fallschaden den du bekommst ähm soweit ich weiß hat er 5% und wenn du einen installierst schützt er dich wirklich also du kriegst definitiv weniger schaden durch fallen wenn man man darf aber nicht diese 5% nehmen die er dir gibt oder die auf dem mod draufstehen sondern er rechnet das halt irgendwie komplett runter von deiner äh gesamtgesundheit und sagen wir mal du hast 200 gesundheit du hast kein mod drin springst runter nimmst fallschaden sagen wir mal kriegst 40 schaden so dann packst du den ersten mod rein durch diese total wirre berechnung springst du den gleichen punkt wieder runter aber statt 40 schaden kriegst du 38 wie er an diese 2 gekommen ist also da gibt es halt ein komplettes berechnungssystem wer das nachlesen möchte kann das im forum tun aber ich kann euch das von vornherein sagen ähm du kriegst keine komplette immunität weil normalerweise kannst du du hast ja schon eine natürliche resistenz gegen fallschaden wenn du die mit den mod slots erhöhst wenn du das über die cybernetics gilt du kannst nie komplett immun werden gegen fallschaden du kannst es runter drücken so dass du dann gehen wir wieder von den 200 hp aus du bist voll geskillst du hast alles voll gepackt mit dem zero äh mit dem mod der das halt macht kriegst du immer noch fallschaden aber statt den 40 nur noch 5 oder 3 wie gesagt du kannst keine komplette immunität erreichen das spiel lässt das nicht zu äh die berechnung ist halt total komisch man kann sich also nicht auf den wert verlassen der dort angezeigt wird aber dieser mod funktioniert und ich denke damit haben wir alle wichtigen mods zusammengepackt ich habe euch erklärt was es mit dem händler bug auf sich hat und den legendären rezepten achtet da einfach drauf wenn ihr ihn das erste mal besucht vor den quicksave zu machen schaut euch alle fünf gegenstände an kauft dann entweder ja wenn ihr glück habt und alle fünf sind werden angezeigt alle oder dann wirklich die wo er sagt die möchte ich gerne haben und macht das dann mit jedem händler sobald ihr diesen händler einmal das inventar geöffnet habt sind die legendären rezepte weg ihr werdet ihr auch nicht mehr bekommen passt da auf jeden fall auf ich habe euch gezeigt die beiden mods die ihr 100% benutzen könnt die auch stacken funktionieren ich habe euch gezeigt wie ihr epische mods mods herstellen könnt ohne dass ihr crafting dafür benötigt ich habe euch die mods gezeigt die teilweise funktionieren und euch gesagt welche gar nicht funktionieren ich denke das wird sich natürlich über die kommenden patches wieder ändern aber stand der dinge jetzt anfang januar ist das der stand so sieht es aus ich hoffe ich konnte euch damit helfen wie immer ihr kennt das spielchen lassen like da haut auf den abonnieren button und ich habe spaß gehabt euch das video zu machen ich hoffe ihr hattet spaß es zu schauen und wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt ein weiterer tag in night city haut da rein ciao drauf drauf da 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 Bis zum nächsten Mal.